1000 euro pro monat dafür kann man ja schon ein auto mieten das ist dann sogar mit versicherung und man hat ein richtiges auto herr meike es geht um den tco total cost of ownership und nicht irgendwie hier so eine stammtisch parolen wer geht zum heraus schleudern hat er soll sich so ein spielzeug gönnen so viel verdiene ich in drei jahren zusammen vw kaufen oder lieber laufen lasst den mist nur links liegen niemand mit verstand kauft sie überhaupt so eine elektroschleuder jede menge probleme über alle hersteller hinweg dazu kommt die katastrophale echte reichweite die nicht vorhandenen ladeinfrastruktur ach ihr kinder so ist das wenn ein video viral geht da habt ihr die ganze siebschaft an stammtisch parolen alle in einem video kommentar fällt also macht alles keinen spaß mehr ich rede über mein video zum thema total cost of ownership meines vw id3s und dieses video ist absolut viral gegangen habe ich gar nicht mit gerechnet weil ich einfach nur aufgezählt habe was mich der ganze spaß gekostet hat und ja kontroverse diskussion und dank e-fahrer und was weiß ich auch im internet nachzulesen tja quintessenz der geschichte ist und die werde ich euch gleich erzählen ich bekomme keine einladung mehr zu fahr events von vw wenn euch das interessiert bleibt dran nach dem intro gibt es mehr danke für das ehrliche video würde ich als übermacht verbrenner machen wäre das etwa eine minute lang das spannendste war die kaputte achsmanschette ja meine lieben was ist der grund für dieses video ich habe es eingangs ja schon vorgelesen erwähnt es geht eigentlich im ursprung um das video zu meinem id3 und der tatsächlichen kosten die ich dann in den 30 monaten hatte so das video ist viral gegangen habe ich erwähnt und ich habe ja meine verbündeten im vw konzern und mir ist aufgefallen dass ich zu einigen fahr events zum beispiel mit dem id bus mit dem langen radstand oder was waren das andere noch ach so da weiß ich nicht der id2 oder id2 id keine ahnung wat gti da wurde ich auch nicht eingeladen und gibt auch noch so ein paar andere events und irgendwann habe ich mal nachgefragt bei meinen youtube kollegen ob die eingeladen wurden und christian zum beispiel von battery life oder auch der jens zippel die kriegen dann halt fahrzeuge werden eingeladen von vw und ich habe gedacht was ist denn da los und habe dann mal meine quellen gefragt bei vw und die haben mir dann gesagt ja stefan dein video über den id3 das ist einigen hier wohl ein bisschen sauer aufgestoßen und dementsprechend bist du da wohl auf so eine liste geraten jetzt wen man nicht mehr einlädt so schnell kann es kommen leute und das sei euch gesagt und ich hatte in den letzten wochen ja wirklich viel am hut und deswegen habe ich auch wenig von mir hören lassen ich bin umgezogen wie ihr seht ich habe hier komplett neue location ich sitze hier zum beispiel an meinem neuen schreibtisch flexi spot übrigens mega cool in der höhe auch verstellbar und ihr habt gerade gesehen ich habe drauf gehauen und er fährt sofort wieder runter das ding ist grandios also hat auch 80 kilo tragkraft wer auch immer 80 kilo auf einen schreibtisch ach so warte mal setzt ja er kann 80 kilo ab egal darum geht es nicht nee wichtig ist zum beispiel jetzt für mich für das home office und so weiter er ist zum beispiel höhenverstellbar und so kann ich dann mit euch auch reden in dem hoch fährt ja habe mir dann auch die passende tischplatte dazu ausgesucht die so ein bisschen optisch auch zu meinen anderen möbeln passt und ja ich bin damit hoch zufrieden muss ich ehrlich sagen also hier auch so ein bisschen abgerundet eingerundet hier also ist schon geil darum soll es jetzt aber nicht gehen ich wollte euch nur mal meine neueste errungenschaft ganz kurz mal eben informieren und wie gesagt das kann ich nur empfehlen also wenn ihr mal einen höhenverstellbaren schreibtisch sucht mit einer durchgängigen platte die bei amazon haben immer so vier geteilte platten damit die pakete kleiner werden flexi spot die bieten noch eine ganze platte an verschiedenste variationen unten in weiß oder in schwarz das gestellt und wie gesagt also platten da kriegt ihr alles guckt euch mal um ich packe dazu den link in die kommentar file ins beschreibungsfeld und dann ja seht euch das mal an darum geht es aber nicht es geht eigentlich darum dass ich jemand bin der tatsächlich immer eigentlich offen das gesagt hat was er meint und ich eben nicht jemandem nach mund rede und das habe ich immer so getan und und wenn man da jetzt mir einen strick draus drehen möchte dann kann man das tun nach dem motto wenn du nicht das sagst was wir hören wollen kriegst halt kein auto mehr genau das ist passiert ich habe das video natürlich nicht abgesprochen mit vw oder so dass ich mein auto zurückgebe sondern ich habe stumpf meine kosten zusammengezählt ja der eine mag kritisieren dass ich das eine oder andere rein oder rausgerechnet habe ist aber jetzt egal am ende zählt das was unter dem strich da stand das waren die knapp 1000 euro fand vw nicht witzig auch dass ich die vibration der hinterachse erwähnt habe fand vw nicht witzig und somit bin ich jetzt wohl auf eine liste geraten in der ich nicht mehr eingeladen werde zu events ist übrigens nicht der einzige verein also ich habe damals zum beispiel auch über den mgzs als er rauskam nicht wirklich positiv viel positives berichten können weil das auto von der größe eines konas mit deutlich weniger reichweite deutlich schlechterer lade performance platzangebot war ebenbürtig aber wie gesagt auch die software war da noch nicht so reif heute wie sagt mg4 und so weiter alles tolle autos wo mg4 auf mein egal regen sie sich auch hat dazu gefühlt dass ich von mg keine autos mehr bekommen habe andere firmen laden mich gar nicht erst ein weil sie ja wissen dass ich so ein bisschen dem volkswagen konzern verbunden bin der zahlt immer mein gehalt bei mercedes ist es so unter 20 30.000 follower christoph kein auto bmw hat sich gar nicht zurückgemeldet porsche hat mich der wahrsten damals abgewascht als ich gesagt habe ich kaufe mir selber ein nein quatsch aber auch ganz ganz hochniesig und und war nie und was weiß ich also wirklich grüße hier nach zuffenhausen volvo polestar mega wirklich die jams begriffen das ist ist eine firma wo ich sage die laden mich jetzt auch zum beispiel habe sie gerade vor mir ein da bin ich im februar jetzt eingeladen wieder zu den volvo wintertestfahrten in hamburg da war ich ja schon zweimal und das sind mal richtig richtig tolle events und da muss ich auch sagen volvo die machen das richtig richtig gut und dementsprechend freue ich mich da wieder drauf was hat denn das ganze jetzt aber mit diesem video zu tun und ich wollte euch einfach nur ein bisschen sagen es ist halt für jemanden der so ein bisschen in einem konzern arbeitet war es vor mercedes jetzt volkswagen nicht so einfach an fahrzeuge ranzukommen ich musste mir die immer irgendwie über irgendwelche dritten organisieren auch für meine qualitätschecks und so weiter und das wird halt immer schwieriger und die autos werden immer mehr und auf gut deutsch der drops ist gelutscht leute es gibt inzwischen so viele autos es gibt inzwischen so viele fachzeitschriften auch fachjournale auto motorsport und was weiß ich autobild die jetzt auch regelmäßig über elektromobilität berichten da sind wir auf einem ganz anderen stand als 20 18 als ich angefangen habe mit meinem hyundai ioniq einfach fragen zu beantworten die ich selber hatte weil es keinen gab der darüber berichtete so bin ich ja zum youtube gekommen und am ende muss ich sagen der drops ist gelutscht der drops ist gelutscht e mobilität auch ohne bacher förderung das wird man jetzt sehen wird sich weiterhin durchsetzen das ist für mich die dritte etablierte antriebskraft auch wenn einige dieser kommentare hier hinter mir da noch nicht so fest dran glauben aber neben ich sage jetzt einfach mal diesel benzin ist e mobilität der elektrische antrieb mit einem batterie akku nicht der elektrische antrieb über eine brennstoffzelle für mich die etablierte dritte antriebskraft und demzufolge ist das was meine ambition war irgendwann mal menschen aufzuklären über e mobilität heute eigentlich kein thema mehr was heißt das auf deutsch ich mache mir halt auch gedanken über das was ich jetzt zukünftig machen möchte und mit meinem umzug hier habe ich gemerkt dass sich so einige dinge verändern und ich das eigentlich gar nicht so akzeptieren möchte der stichwort smart home und ich habe auch hier in dieser bude die möglichkeiten theoretisch ganz wie smart home zu machen aber es ist halt nicht die grundausstattung wie das was ich in berlin in meiner bude hatte und und demzufolge möchte ich mich jetzt einfach mal darauf fokussieren einfach mal und keine angst ich werde bei volvo dabei sein ich werde mal vor meinem porsche noch videos machen aber so ein bisschen möchte ich mein schwerpunkt so ein bisschen auf smart home in verbindung mit der integration über apples home kit machen warum es gibt ganz viele möglichkeiten über home bridge und so weiter tatsächlich heute schon das smart home zu realisieren und ich bin ganz ehrlich über alexa und so weiter habt ihr definitiv mehr möglichkeiten als apple es aktuell anbietet threat beziehungsweise matter ist hier tatsächlich dann so ein bisschen der kleine hoffnungszimmer weil apple das ja auch unterstützt da geht es aber deutlich langsamer voran als das sich viele wünschen und ich möchte einfach gucken und zeigen learning by doing so wie es bei der e-mobilität gemacht habe wie kriege ich es hin in mein apple home kit möglichst viele geräte zu integrieren sei es vom türschloss ich habe damals mal mit nuki angefangen das nuki ist aber echt laut und klobig und habe jetzt schon über eine kooperation eine ganz interessante alternative hier herausgefunden Roborock das nächste thema wie kriege ich mein korevo saugroboter ins home kit das thema balkon kraftwerk wird hier ein ganz großes thema werden vielleicht sogar mit speichern muss ich mal gucken was sich ergibt und ansonsten natürlich alles das was smart home so ein bisschen smart home mäßig macht und da möchte ich halt auch sagen dass ich hier zum beispiel fußbodenheizung habe mit bedienpanels wo ich nicht sehe wie warm ist es ich muss halt immer regulieren eine fußbodenheizung ist träge dann reguliert es sich dann merke ich ist es zu warm ich muss runter regulieren es wird zu kalt keine ahnung was sollen ausgetauscht werden so smart home fähig werden integration home kit ich bin gerade dabei mal gucken ob tado sich da meldet oder so wäre natürlich wünschenswert und dann wird auch sowas begleitet und wenn euch das interessiert dann dürft ihr gerne meinem kanal treu bleiben vielleicht gehen einige davon euch vielleicht kommen neue hinzu ich möchte aber nur euch hier so ein bisschen mitteilen dass sich mein fokus ein bisschen verändern wird ich werde immer e-mobilist bleiben für mich ist das einfach die zukunft ich werde aber weniger videos über e mobilität machen es ist einfach für mich etabliert und man muss hier nicht mehr aufklärungsarbeit leisten und für mich ist jetzt das thema smart home maximal interessant einfach weil ich die drei jahre die ich da in der wohnung in berlin war genossen habe was eigentlich alles möglich ist und jetzt wieder so ein bisschen geerdet bin über das was eigentlich der standard ist und ich gesagt habe hey den standard den kann man sich doch so ein bisschen auch verfeinern anheben so dass ich vielleicht so ein bisschen wieder in die nähe komme von dem was in berlin hatte so das soll es nun gewesen sein ich ärgere mich jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter über die kommentare hier zu dem letzten video wie viele klicks hat das eigentlich gekriegt das möchte ich mal gucken vielleicht finde ich das jetzt auf die schnelle mal raus so wir gucken mal eben rein 369 369 klicks 369 ist mein absolutes nummer eins video und ich habe keine ahnung warum aber so ist es manchmal in diesem sinne ich wünsche euch einen guten rutsch in ein spannendes jahr 2024 bleibt dem kanal gerne treu und ich versuche wieder regelmäßig ein bisschen content zu machen dann halt mit fokus auf smart home es wird wahrscheinlich nicht wöchentlich sein das kann ich jetzt schon sagen weil diese ganze smart home geschichte integration und so weiter wird ein bisschen anders laufen als das was bei youtube ist wo man regelmäßig pam 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 machen kann ich muss hier auf die produkte warten ich muss mich einlesen ich muss mich ausprobieren und ich zeige euch dann dann das ergebnis und wie funktioniert ist vor allem und das ist das was mich ja auch immer ausgemacht habe dass ich vielleicht mit einer ganz normalen sachlichen art euch dann zeige wie einfach oder wie kompliziert etwas ist und das soll ziel meines meines kanal updates werden und ich hoffe dass viele dabei bleiben werden in diesem sinne schön mit euch und ich hoffe noch auf eine schöne weitere zeit und das war's wie gesagt ich ärgere mich jetzt noch über ein paar kommentare und dann lasse ich das ja ausklingen und wir sehen uns hoffentlich in 2024 wie ich ich auch ja ich Vielen Dank.